Mario ist ein Trainer und wir sind seine Spieler. Und er lässt sich auf die Bank. Deswegen bin ich hier. Schicht dich raus. Du kommst nicht weit. Wie ein Trainer. Ja, sag doch mal an. Jetzt ist die große Chance Mario Barca zu stürzen. Ich will auch, dass die Zuschauer mal sehen, dass jemand wie du nichts leistet. Du bist ein Arschloch. Du bist ein Schleim. Ich glaube, du hast langsam Halluzidation. Was für ein Wichser. Ach du, der Gag ist ein. Fiechen, Fiechen. Fuck. Lauf! Was? Eine wunderschöne gute Morgen. Neues Paar, vielleicht neue Freunde. Scheiße. Ja, leck mich doch am Arsch. Das geht nicht, Mann. Pass, pass. Leiter. Meine Güte. Wie kann man so blöd sein? Du hast eine Perfekte. Ich versuch's dir ja zu erklären. Sag mir doch einfach, was ich mache. Ich weiss es doch auch nicht, Mann. Du da sitzt und eigentlich willst und du kannst es einfach nicht. Immer einfach mal da oben drei Synapsen mehr zusammenschaltet. Du bist halt perfekt. Ich bin's nicht. Okay. Ich kann nicht immer für fünf kämpfen. Das geht nicht. Lass mich jetzt einfach nur, okay? Lass mich jetzt einfach nur, okay? Was denn? Nowa. INTRO. Untertitelung des ZDF, 2020